Hallo, hier ist Milzbrand XY EinfachMulzi. Heute geht es weiter mit ScrappyTranic Teil 2 im Survival-Modus. Wir haben uns ja bisher hergearbeitet. Wir gucken mal was man machen kann. Da oben waren wir schon. Wir haben festgestellt, wenn es dunkel ist, ist es sehr dunkel. Hier gibt es eine Straße. Kann man schon was bauen? Wir haben noch ein Rad, oder? Wir haben noch ein Rad. Oh Gott, was findet man noch mehr? Sieht alles kaputt aus. Wir hatten ja vor uns den kleinen Garten gefunden. Sieht alles kaputt aus. Okay. Das ist gut. Schauen wir mal. Schauen wir mal die Maiskolben. Gehen wir mal zurück zu der kleinen Mini Farm, die wir mal im Dunkeln gesehen hatten. Äh. Okay. Ich geh mal wieder auf den Neum Peak. Und dann gibt es noch mehr mit dem Mace. Okay Das haben wir hier oben wieder Haben wir nochmal Mais Dieser Survival, da machen wir ja auch was essen So Warte, das liegt was komisch jetzt auf Mann Okay Will ich die Steine wegnehmen? Okay Und die Ordnung? Sorry Jetzt haben wir weit unten gelaufen jetzt Oh, Oco in der Nähe vom Raumschiff ne? Oh, Oco in der Nähe vom Raumschiff Oh, Oco in der Nähe vom Raumschiff Komm, lass dich looten, da. Sehr schön. Ah, okay. Das zweite Loot. Es ist klar, unten Wasser trinken ist wichtig, Lebensbalken. Wo ist der andere? Mehr man über den? Okay. Es wird schon wieder dunkel. Guck mal, hier gibt es ein See. Cool. Ein See nicht, das sieht eher nach Meer aus. Nach Meer wie See, also Meer. Hier oben waren wir ja noch. Wo ist das? Wollen wir schon mal fahren? Ne, hier waren wir noch nicht. Jetzt wird es schon wieder dunkel. Wird es sehr schnell dunkel. Ein bisschen zu schnell dunkel, oder? Können wir noch eins höher? Ach, da ist die Lampe. Nein. Nein. Okay. Haben wir noch eine Kiste? Ja, haben wir noch eine Kiste. Mann. Du. Du. Du Nuss. Was? Ja, was? Ja, was? Wollen wir noch? Ein dummer Maiskolben essen, oder? Vielleicht kommt ein bisschen mehr. Ja. Ja. Hm. Da können wir Maiskolben essen. Maiskolben essen geht hin. Okay. Black Knight gefunden. Wo bin ich gefunden. Keine Ahnung. Keine Ahnung. Okay. Weiter geht's. Das weiß ich, was es ist. Das ist ein Radio. Keine Ahnung. Okay. Weiter geht's. Wir sind ja von hier gekommen. Wir sind so verwirrend lang geschlenkert. Hier. Wir müssen dann vorne links abbiegen. Ich glaube, da haben wir es schon. Mach's wieder alles im Dunkeln. Na toll. Ich dunkel Nase. Hier. Okay. Wir müssen das. 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 Hä? Haben wir jetzt gemacht. Warte mal. Wollen wir auf die sieben? Ah. 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 Okay. Ich glaube, ich könnte es auch besser einkriegen. Ich weiß. Ich weiß. Ich weiß. Ich weiß. Wie er gerade bauen kann. Das hat keinen Sinn für Schönheit. Warte. 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 Will dann gucken. Das haben wir. Warte. 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 Okay. Wir probieren mal was anderes. Wir haben dann noch was anderes. das, nehmen wir das mal jetzt, ok, kommen wir probieren, eklige Tomaten, ich weiß, ihr liebt Tomaten, ich mag Tomaten überhaupt nicht, sorry, das hat man ja auch schon gehabt, dann nochmal das, so wurscht, Radichten, Mürchen, Mürchen sind das, kommen wir hören, ich müsste was trinken und was essen, ok, jetzt nochmal den, so, so, und das selber hat sich noch nicht, so, 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 dann muss ich für jeden bitte immer gehen oder was, das ist ja bescheiden, na Gott, ok, Können wir das nicht aufteilen? Gott sei Dank brauchen wir nicht ganz so weit hier hingehen. Ok. Und dann haben wir wieder tagt. Gott sei Dank. Das wird hell. Haben wir keine Gießkanne? Das ist gut, dass ich nicht noch mehr gemacht habe. Ich hätte mir jetzt einen Wolf getreten. Ok. So, das haben wir. Geht kosten. Dann müssen wir die besprühen. Ok. Wir haben eine Spülfasche da. Ok. Spülfasche 7. Bio 58. Hier geht es los. Ok. Am Pro Bio 58. Das machen wir nicht mehr. Das machen wir nicht mehr. Ok. Wir haben Teile gefunden. Wir haben noch ein Rad gefunden. Ist aber schön. Wir sind voll. Wir sind voll. Wir sind voll. So, wir können ja mal einen blöden Schrank aufbauen. Ok. Eingabe. Das. 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 Das tun wir mal hierher. Und das. Das brauchen wir nicht. Aber egal. Das. 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 Das ist ein. Ah, Mist. Ok. Hier haben wir noch irgendwo so ein hässliches Ding rumstehen. Okay, da gibt es eine Taste, die man den Zweck fallen lassen kann. Kontrollen, Herstellung, Angriff, Upgrade, Loop, nächste Drehung, Vollen. Okay. 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 Warte mal. Was ist überhaupt? Okay. Wir schmeißen jetzt mal alle Eimer raus. 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 So, dann noch mal alles was so. So jetzt halt. Raus. 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 tun wir hier nochmal umgucken, da will ich ja bleiben auch, dann machen wir noch viel Holz. Da haben wir schon mal was gebaut. Okay, das ist das. Okay. Okay. Da kann man ja noch ein bisschen schicken. Wo denn? Hä? Links, okay. Okay. Kann ich hier was trinken? Bitte mehr trinken. Keine Ahnung. Nee. Okay. Ich frage mich nie was ich baue. Ich weiss es selber nicht. Aber es sieht interessant aus. Hm. Ich muss halt ihn austricksen. Okay. Kann ich noch mehr anheben? Nee. Okay. Okay. Was ist da? Oder bisschen? Mal weg. Mal stecken mal die sind dran. Okay. Schick. Genau. Nein. Schick. Neue Light... Peuchen. Peuchen. Weiss. Genau. Peuchen. Das wird ewig dauern. Das wird ewig dauern. Wieso habe ich das gleich angefangen gehabt? Weil ich etwas bauen wollte, ne? Oh! Okay. Das wird sehr langweilig. Weg! Und das ist jetzt halt gleich. Okay. Was haben wir noch? Können wir den Ohr trinken? Das sieht sehr interessant aus. So, wieso habe ich die Teile noch hier drin? Ach so, das passt noch mal 10. Ach, da wird okay. Na gut. So, das war's erstmal. Wir sehen uns beim nächsten Mal, wenn's wieder heißt Scrap Mechanic. Interview und Gedanken von Milzi. Bye, bye!